In Deutschland gibt es am Montag vier verschiedene Wetterzonen und natürlich, wie sollte es anders sagen, gibt es auch eine, wo es ordentlich weiter stürmt, nämlich genau im Norden. Da ziehen auch immer wieder Schauer durch, aber es gibt auch eine Ecke, da sieht es echt ganz nett aus. Und ganz nett meine ich hier auch so, das ist in dem Fall nicht die kleine Schwester von, ihr wisst schon. Und auch einen sehr breiten Streifen mit wirklich trüben, tristen, regnerischen Wetter. Da kann man ruhig mal I zu sagen, gibt es quer über Deutschland und dagegen kämpft so ein bisschen der Föhn noch im Süden und Südosten an. So ähnlich sieht das dann aus. Und der wird hier wohl auch noch lange Zeit des Tages bestehen bleiben, dieser Föhn und damit dann auch Sonnenschein. Die Front, die kommt nämlich ganz langsam voran, liegt hier anfangs in einem Streifen von Sachsen bis rüber in Richtung Saarland, Rheinland-Pfalz, Oberrhein. Wir sehen das Ganze, wie das dann nur ganz langsam vorankommt zum Abend. Da wird dann wohl auch München beispielsweise betroffen sein. Vorher gibt es aber noch Sonnenschein, ich habe das schon vorweggenommen, mit bis zu 16 Grad, die nochmal drin sind. Passau auch recht mild mit 13 Grad unter dem Regenband, eher so zwischen 8 und 10, vielleicht mal 11 Grad. Darüber sind aber auch wieder bis zu 12 Grad drin. Also es ist jetzt nicht die große Abkühlung, diese 13 Grad hier in Richtung Glausitz, die gelten für die Morgenstunden. Da wird es dann nämlich mit dem Durchzug der Front etwas kühler. Ansonsten haben wir hier von der Uckermark und Vorpommern bis rüber in Richtung Niedersachsen recht viel Sonnenschein. Da ist es meistens trocken, ganz selten verirrt sich hier mal ein Schauer hin. Also das ist die Zone mit dem ganz guten Wetter. Später wird es eher vom Niederrhein mal ein bisschen nasser. Und direkt an den Küsten, da regnet es immer wieder mal in diesen Schauern. Und hier haben wir eben die kräftigen Böen, da sind teilweise schwere Sturmböen um die 90 Kilometer pro Stunde auch drin. Ansonsten mit jedem Kilometer weiter landeinwärts wird es dann doch etwas ruhiger. Sonnenschein, ich habe es schon vorweggenommen. Da sieht es richtig gut aus im Norden mit meistens so 4, 5, 6 Stunden und ähnlich auch am Alpenrand.